Die ersten drei Phasen sind schon so assi und dann kommt diese Phase. Das Spiel will mir halt instant wieder sagen, jo, du hast es doch abgebrochen, weil du der Meinung bist, du kannst es nicht schaffen. Übrigens ist das hier schon wieder der Fall. Oh, okay. Oh, Mann. Doppelsprung. 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 Missed. Ja, toll. Zwei. Drei. Vier. Oh, Mann. Wie gesagt, ihr seht, was das Problem ist. Und der schießt jetzt auch jedes Mal noch diese Dreier-Schuss-Kombi dann in der Phase ab. Ich muss in den ersten Phasen einfach viel besser abschließen. Wenn ich es irgendwann mal schaffe, die ersten drei Phasen ohne Treffer zu machen, habe ich eine gute Chance. Das muss aber der Doppelsprung einfach mal immer funktionieren. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Also die erste Phase braucht definitiv eine Fünf. Mist. Ich wäre echt froh, wenn der Doppelsprung immer funktionieren würde. Ich bin schon wieder nicht. Ich bin schon wieder nicht. Okay. Ah. Mist. Verdammt. Ah, wieder kein Doppelsprung Naja, ich springe dann noch einen Ja Okay Ich wüsste ja gerne, ob ich das Feuer irgendwie löschen kann Allerdings bezweifle ich es Äh, schnell aufmachen Ah, verdammt Es ist so kacke, ich sehe ihn nicht und dann muss ich ihn treffen Damit ich ihn überhaupt erst mal sichtbar mache Ah Ah Mensch, Doppelsprung, Willi, wer ist denn du mal aktivierst, wenn ich dich drücke Ja, toll, ich stand voll dazwischen, aber okay Da wurde ich halt getroffen Hm 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Ich habe kein Bodenfeuer diesmal Okay 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 Mist Diese letzte Phase Diese letzte Phase ist so krank Allein schon der erste Treffer ist super schwierig Keine Ahnung, wie man das vernünftig ausweichen soll So Maaan, Doppelsprung Äh, zu früh Sehe ich ja noch einen, dass ich dann getroffen werde Ja Mann Müssen die Treffer echt sein Doppel 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 Ah, ich bin so tot Ja Ich überlebe die Zwischenphase nicht mehr Wie soll ich da jemals mit der vierten Phase fertig werden? Warum kann hier nicht irgendwo Heilung in dem Bossfight rumliegen? Ich kann ihn halt nicht immer treffen Manchmal macht er seine Attacken so schnell hintereinander Dass ich keine Chance habe, ihn in der Zwischenzeit zu treffen Mist Mist Ich sehe halt auch nicht, welche Kugel da jetzt als nächstes fliegt Ja, toll So gut das war eine ziemlich gute zweite Phase Mist Aua Aua okay das war auch eine ziemlich gute dritte Phase oh ich hätte es dauernd getroffen hier okay nein verdammt so eine schöne Phasen es ist schön erst drei Phasen dann sowas ach man ach wo ist der Doppelsprung schon wieder wenn es jetzt das Ende ist dann war das eine ziemlich schnelle Phase ich glaube das war es schon Mist 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 das war das war das war das war okay ich kann ihn auf jeden Fall schon mal treffen wenn er runter fällt das ist sehr gut weil dann kann ich nämlich schnellste Unsicherheit raus holen das macht mir ja wenigstens ein bisschen Hoffnung ach ach meine Füße gut das war das erste ist das war 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 auch sehr gut ich werde langsam besser Oh, natürlich treffen nicht alle Scheiße, ey Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Okay Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Ah, verdammt Acht Nein 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 Das waren zwei Treffen vor dem Ende des Spiels End Vier Drei